ich habe zwei jetzt hast du nur noch eine hallo und herzlich willkommen zurück in die soli mit dabei ist die pummelrunde der show und die pseudonyme hallo hallo so wie wir gehen jetzt gerade ganz kurz und wollen man schwed laner hier stehen war ist das in ihr pümpel oder was soll das sein ich will gar nicht wissen was das ist ja ich kann was verteilen vielleicht sollte das vorher machen bevor wir das essen bevor wir mit swed laner sprechen warum man die so heißt das sind ölkännchen wort ja ich ja gerne geschickt sein ein kühlschrank repariere das gefällt mir ich brauche was zu trinken und trinken wir nicht hallo steigern je weniger schläge sie fangen macaroni und gewebe hätte ja ok kann sie mitnehmen hey macaroni so wo müssen wir noch da runter immer dem immer dem ding der folgen ich müsste mal das andere ding auswählen dann weiß ich auch was ich machen will so ich habe gelevelt und ihr seid weg wenn wir wir stehen nur hier draußen vom eingang ok nehmen wir mal taschenmesser luke und sowas als mit wo gehst du denn hin wo bist du bei dir bei dir lebt noch was im schrank ja ja aber der schmeißt mich der schmeißt dich was ist was mit stein wer der hier auch zu haben moment jetzt schmeißt der hier schon mit stein so fort war ein johu immer her mit dem guten zeug machten die machten dicken kopf hier sind wir heute ist ja umgefallen oder wird ja vorne beim eingang wo wir in der letzten folge da sind halt welche von diesen spezial waffen ja das quarantäne zählt und da kommen wir gerne reingucken du kannst auch gerne vorgehen da sind das sind radarkuppeln man geweckt was soll denn hier passieren der rennt vor jetzt kommen der rent vor jetzt kommen ja sonst ist er nachher da und dann ja aber pilz ragu sehr gut es wurde doch angezeigt wo die vanoga ist glaube ich die ist in dem dritten da unten oder hier oder nicht es gibt ja drei gut es gibt drei unterschiedliche hier ist eine erkennungsmarke wo ich stehe hier auf dem tisch verstehst du soll denn immer bin am weg so hier hier hält er die luft an wo ein sextant ein fall schon er hält die luft an ja gut okay jetzt erstickt da gerade nein 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 möchte in den raum allerdings noch mal rein weil ich vielleicht damit ich nichts übersehen habe okay jetzt kommt er hier hoch und auf den geschossen hast ja macht man so ja guck da ist er wie zu 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 was soll denn das wieder heißen traubensaft gott sei dank so hat er noch was okay was ist denn mit mir los warum bin ich denn jetzt hier so ich habe hunger der ist schon tot ganz aufzuhauen ich gucke noch mal richtig nicht dass der doch noch mal aufsteht naja kann passieren kann passieren so da ist sie da drin aber muss mir nicht einen schlüssel holen oder sowas es kann sein also sie ist auch nicht mehr siehst du siehst du nicht dass das bei mir ist das hier hier müssen wir lang 30 meter in die richtung wo an katz steht ja ich guck mal ganz kurz oh ja hier geht es in den keller rein eventuell müssen wir da noch was holen stimmt ich habe leider keine munition mehr für die waffe ich gehe jetzt wieder raus so gut ich hätte das alles klar wir holen in der zwischenzeit die schlüsselkarte du hängst das so schlüsselkarte ich komme dafür muss ich nur hier in den keller dafür müssen wir dadurch da müssen wir die luft anhalten immer die automatischen ja ja jetzt nix wir müssen ein bisschen suchen ja sehr gut und raus hier ist irgendwie nix er steckt ihr er steckt ihr mir auch nicht was die verlaufsform von ersticken erst jetzt ist hier moment wo ich kann safe vielleicht knacken kannst du auch mache ja ich tue gerade was ja unser schick ist drin sonderpatronen kaninchen noch so eine epische waffe und haben lassen kann ich ihn aus dem safe gezaubert ja kann das okay so plötzlich hinter jemand ok was siehst du denn da immer sagt man wo geht's raus ich glaube hier hier lang so möchte die andere epische jemand haben oder was ist denn das für eine epische hatte die habe ich auch zweimal oder apg 26 ja oder auch nicht oder nicht ich brauchte auch nicht behalte die mal vielleicht kannst du verkaufen so ich habe noch eine pistole mit zwei schuss jaja das wird ein spaß ja ja ich mach die tür nicht auf so war nur gar wir bumsen die mit dem brecheisen kann man denn eine waffe so was haben wir hier auf der vier die machete okay was macht denn hier der vernichter da so ich habe vier patronen ja ich habe ich habe zwei jetzt hast du nur noch eine woher kommt ja ich weiß der bügeleisen ein kopf moment wo seid ihr ja hier rein ich wurde von einem verrückten angegriffen ein echt ja ihr seid hier rein und er kam um die ecke oder oh scheiße sie kommt auf mich zu sag mal du wirst ja vielleicht nein 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 die steht die steht da die steht da geh weg haut drauf da ist sie nicht wunderschön was war das okay da da ist sie da oben hängt sie kann jemand da hinschießen nein die spuckt macht macht die da kommt die da oben oder was ist da los die spuckt die spuckt halt ich habe sie getroffen habe ich keine patronen ich hatte doch ich habe doch gerade menschens kinder ich habe ihren steinern kopf geworfen und hat es geholfen nee komm her haben mit stein mit stein geht es die stinkt glaube ich ich muss da rausgehen bis tot okay wo ist denn die nächste mailtube werden wir schon finden oder ja denke ich auch der rohrpost oh hier ist eine etui da ist meistens nichts mehr drin kognak ist auch sehr schön toll falsche seite komm hier nicht raus komm hier nicht raus na gut nö ich höre wale du hast war du vordraust ich will wale sehen ich höre die nur aber ich bin mir da nicht so sicher wenn es ist grün zumindest bitte 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 wale ne hier ist nichts mist ja dann lass uns mal gucken hier ist überhaupt keine poststation irgendwo wo nicht dass ich wüsste oder panik ähm das ist echt sowas ne ich höre wie ein atmen ja das höre ich auch da ist der monolith wie sieht denn die poststation aus keine ahnung äh wie ein brief ja da müssen wir aber so suchen irgendwie ja wo sind wir hier ähm wir haben aber keinen questmarker oder so äh bei dem südstrandkino da war auf jeden fall eins wenn ich mich nicht irre äh wo auch der monolith ist wo wir eh hin müssen nur dann der tecke äh ich hab mir jetzt einen marker gesetzt mit der rechten wir können jetzt nämlich die werkbank reparieren ich habe eine gaslampe und ich habe einen elektromotor ja das ist doch schön und wir können auch die medizinstation reparieren das habe ich auch alles gefunden ach das ist ja gut ja gut dann müssen wir jetzt die alte werbung bei der kirche könnten wir reparieren okay okay und wir können auch den südstrandkino den reparieren ja das ist doch gut südstrandkino ist glaube ich auch ein briefkasten dann müssten wir jetzt hier in die richtung laufen ich habe den marker gesetzt ja ich habe den marker gesetzt okay den seht ihr alle ich habe da gerade irgendwas getötet und habe miss dingsbums erfolge kriegt okay ist hier nur was drin waren wir hier schon war das das äh müsste der sein nicht toll wie kommen wir hier runter ein roboter der leuchtet ich jetzt guck hier ich gehe mal zu dem roboter der ist sicherlich nett wo seid ihr draußen wieso leuchtet der denn keine ahnung der hirschow findet es gerade raus okay ich kann den hauen und es passiert nichts okay jetzt gehe ich weg also wir wollen hier nicht mehr rein oder äh ich will hier rein aber waren wir da nicht drin ist das nicht die wir waren in einem oberen so ich bin schon mal hier unten ja ja hier waren wir nicht hier ist eine schicke waffe ein herd mit ventilator drin wir macht den wir steckt in den ventilator in den herd kraupen dynamo was haben wir denn hier noch ahhh sehr gut sehr sehr gut sachen zum essen was soll ich denn machen ich könnte jetzt geschickte hände nehmen der müllexperte oder ikarus was macht da kannst du aus höhe von sehr hohen sprünge und unverletzt überstehen okay ich würde sagen ich nehme der müllexperte da kriege ich mehr gegenstände auch nicht auseinander nehmen ja ich glaube sowas habe ich auch genommen ja ich glaube sowas ist auch relativ bist du denn jetzt hier kannst du mal eben auf mich warten ich bin grad vollgepackt ja okay machen okay hier ist sonst nichts mehr ja 201 meter was mir sieht das hier bei mir aus essen trinken schnapps das war sein letztes wort ich blicke nicht durch welche waffe was für munition hatte ich ja gleich die pseudonymer ist gerade noch überladen ich habe gerade ein bisschen alkohol getrunken weil ich habe kein wasser mehr es hilft glaube ich aber beim durften ich erzähle doch zehn prozent moment okay gut soll nun mal gleich fertig ich habe ein gutes versteck mir passiert nichts hier sehr gut hilfe 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 sie sind hinter mir her hier kommt keiner hoch glaube ich nicht okay kann ich mir da noch irgendwie ich bin gleich soweit ach so können wir was essen Nicht wirklich Wohl, den kann ich essen Wäre aber nicht so viel Hilft der Schnaps denn? Der wärmt dich Und hast du ein bisschen Ja, aber ganz wenig nur, ne? Ja, okay, bin aber soweit Das ist ja egal So, äh Wo geht's denn hier runter? Ah, hier Ich bin da runtergeschwommen Ja So Ja, super Da ist ich Wo bist du? Versteckt Wir haben aber deinen Marker Ich weiß Äh, was ist denn das da? Oh Ja, hier ist neues Licht, komische Gedönstypen Neues Licht, komische Gedönstypen? Was? Da oben ist so ein Wachturm mit So, ja, ja Irgendwelchen Jüngern Da wollen wir nicht hoch, oder? Äh, nee, wir wollen die 82 Meter da zu dem, zu dem Kino Ja, zur Oma Komm zur Oma, Mittagessen ist fertig Das ist doch keine Oma, das ist ein Kind Das ist eine Oma, guck dir die mal genauer an Ich hab mich erschrocken Ich hab mich erschrocken Boah Das Auto mag dich Ja Wieso ich? Er hat doch gesagt, I heard you Traumsaft, ja Ich hab ein Kästchen gefunden Das nehme ich gleich mal mit Ah, ja, ähm, ich geb mal unseren Auftrag ab Tun sie dies Rohrpost Yay Soll ich das Ding reparieren, was ihr da oben gefunden habt? Äh, da können wir hingehen, ja Level 7 Ja, ein Fertigkeitspunkt Ich hab eine Hantel gefunden Sehr gut Geht so Hat, kann auch viel, weißt du Schaffst du den? Sehr gut Sollte er den Monolithen, oder Soll ich die Monolithen ganz kurz antippen? Du musst keinen zum Mach Okay, Monolith wird angetippt Hey, buddy Hope you don't mind that I tossed you that job for that strange biologist guy Nope, I don't mind Thanks I've got a job for you, too What kind of job? There's a weather station here on the island It's been abandoned for ages Though out of operation Reinstall some antennas Start it up Where do I find this weather station And get the antennas? The weather station is in sector D7 The antennas should be located inside Werder beriecht So Das Ding ist jetzt aktiv Ich brauch Wasser Okay Hier ist Wasser Ja, hier 30 Hier, wo ich bin Ist Wasser Okay Ja, auch hier irgendwo Ist hier auf jeden Fall Wasser Kommt doch einfach zu mir Wieso rennt ihr denn von mir weg weiter? Wo bist du? Such dich Achso Siehst du doch da oben Vorhertyp auf Nein, ich spreche nicht mit dir Ich lasse Fäuste sprechen Äh, da Oh, ich bin überladen Wo waren das Wasser? Da ist der Wasserspender Sehr gut Du wirst nur mal Feuer Hier ist doch irgendwo Feuer, oder? Ähm Ich weiß nicht Oh, Oma Mann Erschreck dich auch jedes Mal Auch wenn man weiß, dass die kommen Das ist furchtbar So Okay, jetzt müssen wir eigentlich zu dieser komischen Wetterstation Wollen wir nicht erstmal zum Lager und unsere Sachen da bauen? Ja, würde ich auch sagen Weil die Folge ist auch nicht mehr so lang Nee, ich würde auch sagen Wir gehen auf jeden Fall jetzt gleich noch zum Lager Zur Oase Die ist ziemlich nicht mehr weg, ne? Die Oase ist ein bisschen weiter weg Soll man nicht lieber zum Leuchtturm gehen? Oh, oh, oh Teleportieren? Oh, oh Ist jemand von euch in der Nähe? Ich bin aber handlungsunfähig gerade Ja, ich komm Hab ihn, hab ihn, hab ihn Wie du kannst dich nicht bewegen? Zu überladen Oh, okay Ja, ich brauche ein Feuer Hat der was zu trinken dabei? Äh, nee, leider nicht Ähm Beim Leuchtturm ist ein Feuer auf jeden Fall Stimmt, beim Leuchtturm ist ein Feuer Das stimmt Ich habe jetzt Wie ist jetzt meine Markierung? Ist aber falsch, so, ne? Warte Äh, M und dann Ah, so Jetzt? Genau Habe ich eine? Ach da, ja Ich hab die gar nicht gesehen Wie, wie? Wie, wie? Wie, wie? Wie, wie, ich bin jetzt auch Die Sachen, die wir schon gelootet haben Die sind, äh Ich habe einen Nervenzusammenbruch Schwere Krankheit Willst du einen rauchen? Ich brauche einen Verbandskasten, Schmerzmittel Oder Antibiotika Ich habe Antidepressiva Warte mal Ähm So Nee, Antibiotika Moment Ich habe Aspirin Salbe Verband Einen kleinen Verbandskasten Hab ich nur Seit wann Heilt denn Bitteschön Antibiotika Einen Nervenzusammenbruch Neu Ah In Russland Heilt Antibiotika Auch Nervenzusammenbrüche Bin immer noch überlastet Verdammt Richtig Ich auch, ey Hm Hinübertragen Achso In die Holzkiste Ne, da wollte ich das nicht Jetzt bin ich überlastet Äh So, jetzt geht's wieder Benutzen Benutzen Äh Meine Güter Benutzen Ja, super Wo seid ihr denn? Ich gehe schon mal vor Gut Wo ist der Anker? Der muss noch was essen oder so Damit er Achso Achso Ich gucke es mal eine Hier kommt was Hallo Sag mal, wie schnell lootet ihr eigentlich? Ich bin doch gar nicht dran an dem Ding Das ist schon leer Ich hab das gar nicht gelootet Ich komm da nicht dran Also ich kam da nicht dran Okay So Ich bin weiträumig um das rote Ding rumgegangen Kommen wir überhaupt wieder runter? Oder müssen wir gleich wieder zurückrennen? Äh, nee Wir kommen da runter Da beim Verrückten? Ja, bei dem Verrückten Das ist kein Verrückter So Jetzt hab ich mich auch wieder verletzt Das waren ja zwei Achso, zwei Das ist ja interessant Der hat einen Tennisschläger Und einen Haken Und Räuber-Dame-Spiel Was? Ein Räuber-Dame-Spiel Was soll denn ist das für ein Geräusch? Jetzt ist es weg Sorry Ich hab mich diesmal nicht erschrocken Ach komm Nö, ich bin ja an dir vorbeigejumpt Volles Fund Toll, jetzt bin ich überladen Was mache ich denn jetzt? Ja, ich werde auch schon wieder überladen Mach ich denn bitte schön Komm Einen Toaster brauchen wir auch Einen Toaster brauchen wir auch Hinübertragen Achso Ah, okay, ich verstehe Komm Äh, hier Ja, ich war auch erst verwirrt Salbe Machen wir mal Machen wir mal ein bisschen Salbe Noch ein bisschen Salbe Oh, ich kann einen Molotow Cocktail machen Das ist sehr gut Ich bin ja voll der Ninja, Alter Ich renne hier über Stock und Stein Wo seid ihr eigentlich? Äh, siehst du uns nicht auf der Karte? Ja, ich bin jetzt gleich beim Leuchtturm Ja, wir auch Okay Ich bin aber noch überladen Du bist schon beim Leuchtturm? Hisho, kannst du bitte auf mich warten? Ich will hier nicht so schutzlos gerne sein Ja Was ist das hier? Antidepressive Ja, sollte ich lieber nehmen Ich habe so ein bisschen Ninja-Kräfte walten lassen Ja, so Ich bin aber über die Merke rannt und dann da gejumpt und hin und her und tralala Was Elefant? Ungewöhnliche Störung der Akustik Sie machen mehr Lärm Okay So, jetzt bin ich fertig Dafür habe ich eine große Gelassenheit Ich bin auch Elefant Jaja, das ist derzeit so das Hä, wir seid Elefanten Das Event Es läuft gerade irgendwas, wo wir schwerer sind, aber dafür wahrscheinlich gelassener oder sowas Okay Irgend so ein Triss Jo, jetzt muss man mal ein bisschen Wasser abkochen hier Ich komme angerannt Ich komme angerannt Lalalala So Wo ist das Feuer? Hier So, ich bin falsch rumgelaufen, ne? So Wasser Wasser Wasserreinigung, ach toll Ich habe achtmal Wasser Ich habe auch neun, aber ich kann nicht trinken, wenn die dreckig sind Das stimmt Sehr dreckiges Wasser Also ich kann Ich kann unglaublich viel Essen machen Also wenn irgendjemand Essen braucht Ich bin euer Mann Ich habe auch noch ein bisschen was So, was kann man da noch herstellen? Spiritus-Wichtigkeit Naja, nur was zu essen So, nochmal fünfmal Wasser machen hier Sind ja schon mal 50% Habe ich noch was? Nö, dann sollte ich noch mal was machen Genau Noch einmal zu Zusaufen Ja, voll bin ich jetzt erst mal Pilze, Gemüse, Rohsfleisch Hm Pilze, Gemüse und Rohsfleisch Hört sich nach einer vollkommen normalen Ernährungsweise an So Und noch einmal So Die reinigen wir dann Und dann sind wir Am Ende der Folge Genau Und überladen Hier ist ein Kästchen drin Ja, ich weiß, das habe ich schon gesehen Ein Kästchen ist gut Kästchen braucht man immer Ich habe aber keine Möglichkeit das mitzunehmen Ich habe es Ähm, jetzt weiß ich Wodran das liegt Dass ich so schnell überladen bin Ich habe einen Perk genommen Dass ich, wenn ich Sachen einsammle Ich, äh, die Chance habe Mehrere davon Ich habe jetzt fünfmal Wasser genommen Und habe zehn Wasser im, äh, im Inventar Ja, sehr gut Ja, super Hast du gut gemacht Ja, ist, äh, merke ich auch So Ah, gelassen halt Ach ja Ah Schönes Wetter Läuft irgendwo wieder Dieses vierbeinige Tier Das, was nur du siehst Das, was nur ich sehe Ja, wartet nur ab Wenn ihr meine Aufnahmen seht Bin schon gespannt Ach ja Ach, hier ist es echt nicht schön drin In dem Turm? Nee Mit den ganzen Leichen hier Definitiv nicht Na gut So Dann würde ich mal sagen Dann sagen wir Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Und, äh, beim nächsten Mal Machen wir so eine Wetterstation Und reparieren unsere, unsere Main Basis Und dann, ja Und dann gucken wir, was uns auf Granitschni noch weiter erwartet Granitschni Granitschni Granini Granini Auf Granini Hoffentlich paar Früchte Auf Granini Junge Früchtchen Junge Früchtchen So, tschö Tschö, tschüss Tschö, tschüss